Herzlich Willkommen, wir sind wieder zurück hier im langsamsten Dropship der Welt und versuchen das Monster zu jagen. Ey, war das nicht ein Flugzeug? Alter, du hast ja keine Ahnung. Das Dropzeug war alles. Ja, die alte Gruppe ist wieder am Start, mit der wir jetzt schon die ganze Zeit E-Wolf gespielt haben. Der Rumpi, der Sarazar und der Benni von Slaymassive. Ich hab mich irgendwie in den Medic verliebt. Ja, löschen und los geht's. Raus hier. In E-Wel. Ja, langsam haben wir echt alle so unsere Rollen angenommen, so ein bisschen. Am geilsten war der Spruch, rumpel renn, ich guck in deinen Hintern. Da war nicht der Spruch geil, sondern der Hintern, mein Freund. Eigentlich wollte ich auch sagen, ich guck hinter dich. Ja, irgendwie so Sprachdurchfall kam hier schon ab und zu mal zustande, bei diesem stressigen Spiel. Ja, das ist doch absolut stressig, glaube ich. Die Spuren sind weg. Also, wir müssen wieder sagen. Ja, der ist ja hoch. Ja, aber ein bisschen Fluss hinterlasst er keine Spuren. Ah, da oben. Ich glaub, die Karten haben wir so noch nicht gespielt. Ja, die Spuren sind hier. Der hat auch hier gefressen. Das dürfte jetzt nicht weit weg sein. Die haben wir schon gespielt, ja. Es gibt nur drei Karten momentan. Aber ne, die haben wir noch nicht gespielt in der Aufnahme, oder? Doch, doch, doch. Stimmt, da sind wir abgekackt. Ja? Ich meine noch nicht. Ist er da oben? Ist er das? Da ist er. Das ist er. Trappen, trappen. Trappen, geht raus. Ich hab ihn verlangsamt. Jawoll! Wir haben ihn. Super. Alter und ich komm hier nicht hoch wegen dieser scheiß Powerkacke. Ja, super. Er wirft nen scheiß Stein. Er hängt. Ne, er hat ihn geworfen. Ja, aber jetzt hängt er. Okay, ab die Post. Mien. Mien. Mien ballern rein. Oh, der A-Strike. Nein, rumpelt er nicht. Oh nein. Was denn? Ich hab keine A-Strike. Boah stimmt, wie geil die Lebensleiste jetzt noch ist im ersten Level. Ist ja krass. Alter. Der winzig. Hinterher. Probier Traps zu setzen. Klingt aber nix. Der ist verlangsamt. Jetzt war ich richtig unten. Du kommst hier nicht weg. Du kommst hier nicht raus. Hinterher. Da haben wir alle gehealt. Jetzt hat er echt Angst. Wo ist er? Wo ist er? Er hat nämlich auch kein Schild mehr. Fuck. Boah, ist auf einmal wieder genau vor mir. Hammer destroyed. Boah, fuck. Komm schon, die sie aktiviert sind. Boah ey. Wie man manchmal einfach nur so ins Leere ballert. Alter, jetzt liegt er aufs Blaue. Ich hab hier so... Der kriegt so krass gerade. Ja. Hinterher. Bleib dran. Wir lassen ihn jetzt nicht mehr entkommen. Ich würde nochmal tranquilizen jetzt. Das wäre super. Ja, ich versuch's gerade. Ich komm nur nicht hinterher gerade. Leider. Mist. Ah Mist. Da ist er weg erstmal. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich seh ihn doch. Der ist nach oben gegangen. Der ist oben wieder. Der läuft hier da lang. Ja. Der ist rechts rum. Da hinten. Hä? Wo denn? Da hinten. Oben rein. Oben rein. Oben rein. Das ist so gut. Ah, fuck die. Scheiße man. Jetzt ist er weg. Ne. Wir haben ihn fast. Aber der hat mich sehen nicht. Danke Rumpi. Der ist hier runter. Rechts runter. Ich seh ihn auch nicht. Ich seh ihn auch nicht. Hier unten lang. Weiter weiter. Vorsicht ihr werdet angegriffen. Ja, ja. Da vorne. Ich seh ihn. Im Fluss. Im Fluss. Ihr geht hinten die Wand hoch. Ja, ja ich seh ihn. Ladet euer Jetpack auf. Das brauchen wir da hinten. Nein, sie haben noch ein bisschen gewischt. Doch hier kommt her. Kommt her. So. So. Der ist hier hinten durch. Links oder rechts? Ich bin gleich wieder trappen. Der ist rechts lang. Ich könnte mal einen Heal vertragen. Ja, ich versuche ja immer hinter euch zu kommen. Aber man ist so langsam. Hier ist er lang. Hier ist er lang. Das ist echt mies. Vor allen Dingen, sobald ich euch heile werde ich noch langsamer. Habt ihr das mal gemerkt? Wenn ihr so zweimal schnell hintereinander Leertasse drückt, macht ihr so einen Leap auch nach vorne. Da ist man nach vorne ein ziemliches Stück schneller. Und verliert aber auch ein großes Stück von seiner Fuel. Denny, der muss hier unten lang sein irgendwo. Ne. Oh man. Da ist sie am verloren. Wo sind die Spuren? Mist. Die sind nicht mehr. Mist. Fuck. Das werden wir jetzt kriegen müssen. Daisy geht da hoch auf jeden Fall. Aber jetzt ist es irgendwie verwirrt. Jetzt geht es wieder da hoch. In die Richtung. Hier sind Spuren, ne? Aber in die Richtung. Beim Sarazar. Ah, der schleicht hier irgendwo. Ja. Der muss hier irgendwo sein. Hier ist er. Ich hab ihn. Okay. Wir kommen. Der ist schon wieder voll das Schild aufgeladen. Ah Mist. Aber trotzdem noch zur Hälfte down. Ja. Da sind die Birds. Ah, hier links. Lass uns links rumlaufen. Dann kommen wir hier. Aua. Aua. Kannst du mich heilen? Ja. Ich komm mal vor dich ein Stück. Ach so, da. Da bist du. Ja, super. Danke. Ich setze Marker, ne? Damit du ungefähr wisst wo. Mhm. Wir kommen. Ich seh auch die Vögel gerade noch. Oh nein. Pflanze. Oh nein. Kann dir jemand helfen? Ja, ich versuch. Rumpel ist direkt dran. Aber oh. Er wird getötet von hinten. Oh nö. Oh danke. Ich lieg aber. Ja, ich helf dir. Ich werde von Daisy wiederbelebt. Okay, super. Und sie ist tot das Vieh. Ja. Sie ist tot. War total gut. Aber ich hör irgendwie hier den, den Großen, oder? Ich täusche mich da. Ich hab ihn auch gehört, ja. Ja. Aber die anderen hören sich auch so an, ne? Da rennen die wie ich ja lang. Sind alle da hinten. Die haben wir schon wieder verloren, ey. Das gibt's doch gar nicht. Weil jeser, jeser. Okay. Sehr gut. Wir kommen. Oh ja, ich seh ihn. Ja, er ist markiert. Da ist er. Jawoll. Jetzt gleich trappen. Wo ist er hin? Hier hinten, hinten. Da hinten. Hier. Oh Gott. Das ist noch so weit weg von mir. Bin ich. Ist hier hoch, oder? Hab ihn, hab ihn. Da hinten. Super, Rumpel. Sehen, okay, jetzt. Und? Ich bin aber noch zu weit weg. Zu weit weg bin ich. Boah, der ist, äh... Nein, ich bin in der Pflanze. Schnell. Ja. Oh man. Gleich tot, gleich tot. Ich bin nicht schnell genug da. Danke. Das ist alles super. Hinten Vögel. Hier ist er. Hier ist er. Halbtot sein. Hier ist er. Da, ich hab ihn markiert. Mist. Alter Schwede. Schnell da rein. Da ist jetzt halt zu schnell wieder. Ich finde das eigentlich total merkwürdig, dass der Medix so langsam ist. Eigentlich müsste der total schnell sein. Ja, das ist praktisch. Mir ist auf jeden Fall, ja. Ja, aber es wird ja auch noch balanciert, ne? Balanciert? Das ist ein Balanceakt. Ach nee, schon wieder einer Pflanze am hängen, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Danke. Wie ist er aber auch gar nicht, ne? Wenn's da lang und plötzlich fuckt. So, wo ist er? Links, 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 links. Hier runter, hier runter. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn. Oder? Ne, ging er. Hier ist er, hier ist er. Der ist rechts. Da. Ne, das ist jetzt ein Vieh. Ein anderes. Ey. Jetzt hab ich das Ding geworfen. Das war ja nur so ein Vieh. Ne, ne, der ist dahinter. Mann, schnell zu, wieder. Weg, 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 weg. Ich komm nicht durch. Ja, er ist da oben. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Rechts hoch. Doch, er frisst da. Er frisst da. Er frisst da. Der war hier. Hier sind die Spuren auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Bufferob jetzt nehmen sollten, aber schnell mitnehmen. Ah. Voll egal. Weil ich keine Zeit verschwenden mitmüssen. Da vorne. Hat gefressen. Dammit, wir sind zu langsam. Und er schleicht wieder hier. Hören die Spuren auf. Ne, Daisy hat ihn. Daisy hat ihn. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ich seh's. Fuck, der ist da unten lang. Ich probier's mal oben. Oh Gott. Wie er uns grad abhaut. Ja, er ist viel zu schnell. Ich hab hier ne kleine Umgehung. Aber echt, der Staminawurf lässt ihn ja noch mal so viel schneller werden. Alter Schwede, der ist wirklich, das ist ein riesen Problem. Ey, wie müssen wir da eine andere Taktik, glaub ich, fahren allmählich? Ja. Irgendwie eher abfangen als... Obwohl, wir sind halt im Vorteil noch, ne? Naja, noch ist er nicht. Der muss den Power Relay zerstören. Und der ist auch angeschlagen, ein bisschen. Zumindest. Naja, sonst ist das so wie beim letzten Mal, dass wir uns dann... Hab ich ihn da hinten. Am Ende ist er da hinten hoch. Ja, das war sauknapp, aber beim letzten Mal, ne? Das war sehr knapp. Aber er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Aber hätten wir uns dann ein bisschen clever angestellt. Ich zum Beispiel dann den Shield im richtigen Moment benutzt und so. Mist, Spur verloren. Nicht schon wieder. Daisy! Wofür haben wir dich eigentlich großgezogen? Was hat er hier gemacht? Was hat er hier gemacht? Gefressen wahrscheinlich. Hat er hier irgendwas gemacht? Gefressen, er liebt so'n Haufen Fleisch auf hinten. Aber echt, ey, die Daisy. Ja. Daisy sollte mal ein bisschen sinnvoller jetzt wieder werden. Ja, genau, Daisy. Züchtige mal deine Hunde, Maggie. Wollen wir hier unten lang gerade? Hier ist Ende der Karte auch. Ja, jetzt kann man nur auf Vögel warten. Hä? Was für'n Geräusch, da ist er! Hinter mir! Ganz klar. Hör dich an! Ah, da, da, Alter, ich hab's. Heiße. Bitte, 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 bitte! Nein, ne, 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 wieder nicht. Zu, 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 zu! Zu, zu, auf! Ja, wie auch immer. Super. Da ist er. Hab ihn! Sehr gut, sehr gut. Hab ihn. Ich kann schon voll lange keinen Airstrike mehr machen, weil er so hart auf der Flucht ist. Gerade. Ja, echt nur noch auf der Flucht. Das ist der Kimble. Da vorne, der probiert zu fressen. Aber was machen wir in der Spielphase? Das müssen wir uns echt mal überlegen, was man da so tut. Naja, also man könnte sich halt aufsplitten und versuchen, den einzukreisen. Ja, aber da alleine hast du ja kaum eine Short. Halt Buffs holen eigentlich. Wär, wär auch nicht schlecht, weil die sind echt wertvoll. Ich probier grad mal eine Abkürzung zu nehmen. Ja, ich bin hinter dir. Auf dem Boden. Ja. Aber das kostet so viel Zeit auch, ne? Less Fuel. Ja, das ist doch Ultra. Das ist wie ein Stamina-Bach. 35% weniger Fuel. Wo ist er landen? Das mit dem Doppel-Leertass ist echt gut. Ja. Ja, ne? Klappt voll gut. Haben wir verloren. Vögel, Vögel, Vögel. Da oben. Vögel, Vögel. 140 Meter entfernt. Und zwar hinter uns. Da oben irgendwo. Vor allem, man kann das auch während des Flugs machen, wenn man in der Luft ist und dann kann man sich so einen Stoß nach vorne nochmal geben. Ja, hab ich eben auch gesehen. Das ist echt extrem geil. Da schon wieder. Der ist hier ganz in der Nähe. Ich hör den auch. 90. Ich hab mich hier beim Schneidigen den Weg ab, glaube ich. Das Monster. Ich hab die Spuren gefunden. Komm von der anderen Seite. Dort lang. Irgendwie da runter. Ja. Spuren folgen, äh, gehen aber in die andere Richtung. Nee. Hier, hier runter. Hier sind nochmal welche. Oh nein. Stufe 3. Der entwickelt sich hier oben. Wir müssen zum Relay. Boah, wenn wir ihn finden, wenn er sich entwickelt, das wär so gut. Ja, er entwickelt sich hier jetzt direkt irgendwo. Ja, aber jetzt ist er ja schon Stufe 3. Das heißt, er hat sich schon entwickelt. Komm zurück, Benni. Wir müssen zum Power Relay. Ja, wir müssen zum Power Relay. Ah. Scheiße. Na ja, wenigstens sind wir auch noch nicht gestorben. Doch, hier ist er. Hier ist er. Ich seh ihn. Oh, wo, wo, wo. Oh, Benni. Jetzt bist du alleine dort. Oh nein, hier unten. Ich bin grad getötet. Ich komm grad, Benni. Ich hab ihn, ich hab ihn verlangsamt. Schild ist oben. Danke. Okay. Alter, was ist das für ne Gottverdammte? Er hat kein Schild mehr. Er hat kein Schild. Wo ist er denn jetzt? Ist er hier drin überhaupt? Ja, ja, er ist drin. Er ist drin. Er ist drin. Wieso liegst du denn schon wieder? Ja, weil hier so ein Megafieh mich angegriffen hat. So ein kleines. Oh nein, du liegst auch noch außerhalb des Schilds. So, ich hab ihm drei Punkte versetzt. Drei Punkte versetzt. Drei Punkte versetzt. Aber schon groß. Ey, der verarscht mich hier drin voll. Da vorne ist er. Oh Gott, ich sterbe. Ja, wir können nichts machen. Wir können dich nicht holen. Weil du draußen außerhalb des Kreises bist. Ja, ich mach... Was? Ah, wie unnötig. Warum? Der Dings ist noch da. Er geht zum Power Relay. Er geht zum Power Relay. Ja, würd ich auch machen. Wo ist denn der? 1,44. Das ist natürlich ne lange Wartezeit jetzt. Ja, da wo der Rumpel jetzt ist, bin ich gestorben. Lauf zum Power Relay. Der wird sowieso dahin kommen. Und währenddessen können wir noch versuchen, den abzufangen. Aber in einer Minute zwanzig kehre ich zurück. Ja, du wirst auch direkt beim Power Relay wieder geboren. Hm. Aber der kommt nicht zum Power Relay, glaube ich. 81. Der ist 81 Meter hier. Ich weiß nicht, ob wir den nicht lieber angreifen sollen, bevor der seinen ganzen Schild aufbaut wieder. Nee, der ist gleich da. Der ist gleich da beim Power Relay. Ja, der ist hier. Ich hab ihn. Ich seh ihn. Verlangsagt. Seht ihr ihn? Ja. Soll ich ihn trappen? Ja. Trap. Wenn du magst. Wo seid ihr? Kämpft ihr jetzt gegen ihn? Ja, ich mein, ich geh ihn ein bisschen drauf. Der füllt echt grad sein Schild auf. Hier ist er. Arena ist oben. Hier geht's im Power Relay. Oh Gott. Ah, er hat voll daneben geworfen. Sehr schön. Ja, ich hab ihn nochmal getrappt. Also nicht getrappt, sondern verlangsamt. Hier rollt ein Autoreifen entlang. What the fuck? Einfach so ein Autoreifen. Boah, ich hab so Lags hier gerade. Die Performance bricht so einen Luftangriff, weil wir in der Höhe sind. Boah. Boah, das ist ja nicht zu spielen hier gerade. Boah, das ist ja nicht zu spielen hier gerade. Oh Leute. Ich brauch Hilfe. Noch 12 Sekunden. Ich bin tot. Also ich lieg auf dem Boden. Ich bin da. Ich bin da. Ist der Drop-In. Mach was. Mach was. Ich lieg. Ich lieg. Ich lieg. Ich lieg. Hey, hei nicht. Ich kann nicht. Ich bin tot. Ich mach mich unsichtbar. Und Daisy ist auch weg. Dammit. Hau ab. Hau ab. Oh, direkt im Dropship gespawnt wieder. Ne. Ach, du warst schon online. Ja, deswegen. Scheiße. Wie meinte ich jetzt? Wie lange brauchen wir noch, bis wir wieder? 2 Minuten. Wahrscheinlich jetzt. Boah, was ist denn hier mit der Performance-Lose? Ist ja abartig. Okay, Benni. Das schaffen wir niemals. Das hab ich schon öfter gelesen. Viele Leute haben Probleme mit der Performance. Ja, das ist halt irgendwie Alpha. Das muss man halt irgendwie sehen. Das hab ich ja auch erst, ne? Ach, scheiße. Jetzt hab ich außerdem meinen 4er-Scale benutzt, weil ich mich vertippt hab. Wie sinnlos. So. Minen platzieren. Der kommt direkt zu dir. Ich hör den, glaub ich schon. Minen sind platziert. Er kommt. Boah, der kriegt richtig Schild-Damage gerade. Weiß ich warum. Ah, was ist denn? Von den Monstern, die da rumstehen noch auf dem Weg. Boah, 1,40 hab ich noch. Und wir haben... Sarazar, du bist der Einzige, glaub ich gerade, oder? Ja, wir fetten die Minen. Ah, Alter. Die Minen haben irgendwas abgezogen. Ja, aber er zieht auch den Power-Relay-Cott. Jetzt, 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 jetzt den Dings, den, den Angriff. Luftangriff. Boah, hat er schon gesetzt. Hat er schon gesetzt. Hat er schon gesetzt. Er hat mich down. Er hat mich down. Du musst mich wiederbeleben. Ja, wiederbeleben kann ich gar nicht. Du bist der Einzige, der nur rückwisch ist, ne? Verpiss dich einfach. Hier, gib dir die 4. Richtig weg. Okay, ich geb dir die 4. Stehst du wieder? Stehst du wieder? Ich bin unsichtbar. Nee, ich bin tot. Der geht zum Power-Relay. Ich muss kämpfen, Leute. Das bringt doch nichts. Nein. Nur wenn er draufhaut. Nur wenn er wirklich aufs Power-Relay haut. Dann gehst du hin, kitzelst ihn und dann gehst du wieder weg. Ja, jetzt. So schnell kriegt er das auch nicht down. Jetzt, 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 jetzt. Doch, der kriegt das schon relativ schnell down. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Ja, ich bin dabei, Freunde. Raus! Oh, jetzt ignoriert er dich jetzt? Nein, nein. Oh, es laggt irgendwie ein bisschen oder so. Alter, alter. Oh, fuck. Nein! Nein! Aber du hattest keine andere Chance. Du hattest keine andere Chance. Du musstest drauf gehen. Doch, aber du hättest das andere gewährnehmen können. Das hat nämlich eine viel längere Range. Ja, das schon. Aber das macht auch weniger Schaden. Ja, aber... Leider. Tja, Leute, so ist das halt. Wir müssen auch ein bisschen üben. Ja. Der Silberwolf, der hat uns jetzt auch richtig... Drei Folgen lang richtig in Schach gehalten. Sehr gut. Respekt. Ja. Muss man sagen. Und es macht trotzdem Spaß irgendwie. Das ist schon geil. Ja, ganz ehrlich. Ich hab natürlich auch noch nicht mehr Fehler. Und auch noch die coolen Perks und so, ne? Das ist ganz klar. Also die kleinen Verbesserungen. Wenn man Level aufsteigt, kriegt man bessere Verbesserungen. Und irgendwie macht man irgendwie wenig Level. Also ich zumindest mit dem... Ich hab auch das Gefühl, dass man mit Medic und Co weniger Level macht, als mit denen, die halt Damage austeilen. Am... 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 Also so ganz hat sich mir das noch nicht erschlossen. Wir sind so nah dran an dem. Aber guck mal, der Silberwolf zum Beispiel, der hat überhaupt gar keine Level dazubekommen. Während er gespielt hat, der hat jetzt dreimal gewonnen und hat keine Level dazubekommen. Das stimmt. Ja, wir waren halt im niedrigen Level, ne? Ja. Vielleicht, ja. Ja gut, obwohl der... Vielleicht ist das das Maximallevel in der Alpha. Aber wir hatten den so oft down. Wir sind so nah an dem dran gewesen. Wir haben richtig gut hier versucht. Na, das war nicht schlecht. Na gut. So ist die Alpha. Ich bin gespannt, wie das letztendliche Spiel dann aussieht. Was sich noch ändert, was dazu kommt und so weiter. Da, also... Auf jeden Fall, aber es... Macht auf jeden Fall riesen Laune. Es hat echt Laune gemacht. Ja, ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Und vielen Dank auch noch mal an euch an dieser Stelle. Das wäre so lustig zocken konnten zusammen. Ähm, ja, ich weiß. Also, klar, man muss zwischendurch noch viel lernen. Und man hat aber gesehen, glaube ich, dass wir auch ein bisschen dazugelernt haben. Die Jungs natürlich noch ein bisschen mehr. Die haben auch noch ein paar mehr Spielsessions so privat hingelegt. Aber ich glaube, wir hatten alle Spaß und darum geht's ja, ne? Genau. Ja, war super. Gern und wieder. Also, ich werde jetzt den Rest dieses Wochenends auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Ja, ich zocke noch ein bisschen. Ich will auch noch ein bisschen Monster spielen. Das Monster-Spiel. Ja, genau. Na gut. Das Monster-Play. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal noch was hin. Aber mal sehen. Liebe Freunde, bis dahin. Ciao. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.